So, und dann ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Im heutigen Video geht es mal wieder um Silber, beziehungsweise um den Preis von eben diesem, auch so ein bisschen um Gold, ja, aber mehr so nebensächlich. Und zwar ist der Silberpreis in der letzten Woche oder über die letzte Woche von einem Hoch von ungefähr 6, äh, 26, ich sage schon, 22,60 auf jetzt 20,50 Euro und damit fast 10% gefallen. Ja, wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, ob es da möglicherweise eine neue Chance gibt, neue Sachen zu kaufen oder was das jetzt generell für den Markt bedeutet. Ja, darum soll es heute mal gehen. Ich denke mal, es ist eine interessante Sache, wie üblich. Auch nochmal gerade hier an dieser Stelle, genauso wie üblich, wie kurze Erinnerung. Wir verkaufen weiterhin wunderschöne Gold- und Silbermünzen unter dieser wunderschönen E-Mail-Adresse. Sowohl tolle historische Münzen aus dem Kaiserreich als auch den USA, als auch jetzt teilweise günstigere Sachen, wie zum Beispiel alte 999er Silbermedaillen oder auch generell älteres Silber, was man relativ günstig nah am Spot bekommen kann. 999er natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber da haben wir auch einiges von da. Was wir aber jetzt neu reinbekommen haben, sind wirklich ganz, ganz viele tolle Stücke aus dem Kaiserreich. Von PCGS bewertet, also zertifizierte Münzen. Unglaublich seltene Stücke dabei, teilweise welche, wovon es keine besseren weltweit gibt, was ich auch noch nie da hatte. Wirklich sehr, sehr cool. Also wenn euch solche Sachen interessieren, gerne auch mal an dieser wunderschönen E-Mail-Adresse schreiben. Natürlich habe ich jetzt auch, da die Preise gefallen sind für die Sachen, die mit dem Silberpreis was zu tun haben, wie zum Beispiel Viertel-Dollar, teilweise auf Half-Dollar, auf Dimes und natürlich auf die Sachen, die ich sowieso am Silberpreis verkaufe, die Preise auch herabgesetzt. Bei Dimes zum Beispiel, die hatte ich in den letzten Wochen auf 2,60 Euro pro Stück angehoben, weil ich einfach keine mehr bekomme. Habe ich jetzt wieder auf 2,50 Euro runtergesetzt. Viertel-Dollar habe ich von 6,50 Euro auf 6,40 Euro oder 6,30 Euro runtergesetzt. Ein Marktstücke habe ich runtergesetzt unter 6 Euro. Also wenn ihr sowas wollt, gerne auch mal auf die gute alte Liste gucken. Ich denke, da findet sich für jeden etwas. Gut, dann würde ich sagen, wir starten auch direkt mal mit dem heutigen Video. Also, wie sieht die aktuelle Situation aus? Ich blende euch den Silberpreis hier an dieser Stelle mal ein. Da könnt ihr sehen, das ist jetzt der Wochenchart. Der ist jetzt, also wirklich die letzten Tage, ziemlich gefallen. Ja, könnt ihr da jetzt eben auch sehen. Also es ist jetzt im Prinzip nur gefallen, die letzte Zeit. Woran liegt es? Ich denke, es hat so ein bisschen mit der gesamten börslichen Lage zu tun. Ja, wer vielleicht von euch den Aktienmarkt verfolgt. Ich verfolge es jetzt nicht mehr wirklich, weil ich habe mittlerweile wirklich einfach Besseres zu tun. Aber wer es so ein bisschen verfolgt, hat es vielleicht mitbekommen. Auch der Aktienmarkt ist ja erst ziemlich gestiegen, wie eben auch selber die letzte Zeit und dann jetzt eben gerade auch ganz aktuell wieder am Fallen. Ja, ich denke mal, ich muss nicht großartig viel dazu erklären. Die meisten von euch werden mittlerweile wissen, dass sich die Welt in einer wirtschaftlich schwierigen Phase und einer sehr wirtschaftlich volatilen Phase befindet, wo eben auch gerade immer wieder alle möglichen neuen Nachrichten rauskommen, die irgendetwas am Finanzmarkt verändern. Es wundert eigentlich ja keinen mehr, dass solche Sachen passieren. Und natürlich gerade beim Silber, was natürlich im generellen Recht volatiles Metall ist, weshalb ich natürlich auch historische Münzen gut finde, weil die eigentlich sich am Preis nicht großartig verändern. Aber Silber an sich, ja, volatiles Metall und da hat man natürlich diese Problematik, dass es sehr, sehr stark darauf reagiert. Nicht mal das physische Silber im Primären, aber definitiv, also wenn ihr jetzt mal so auf Privatverkaufsseiten, ändert sich jetzt nicht groß was, aber definitiv das an der Börse. Woran liegt das? Naja, weil natürlich es wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr Silber an der Börse gibt, als es tatsächlich physisch zur Verfügung steht. Ich sage es ja immer wieder, die meisten von euch wissen es. Aber es gibt ungefähr 400 Mal mehr Silber an der Börse, wie tatsächlich physisch kaufbar wäre. Und dementsprechend hat man natürlich diese starken Auswirkungen auf den Silberpreis. Beim Gold hat sich auch einiges verändert. Es ist auch ungefähr 100 Euro gefallen, aber das macht beim Gold jetzt natürlich nicht so viel aus. Das sind gerade mal so 5 Prozent. Also das ist schon mal nochmal eine ganz andere Hausnummer. Silber hat sich ungefähr, also hat es ungefähr die doppelte Volatilität im Moment gehabt. Ich glaube, beim Gold war es sogar weniger als 5 Prozent. Vielleicht waren es auch nur so 2,5, 3 Prozent. Irgendwie sowas um den Dreh. Aber man merkt ganz klar und deutlich, beim Gold verändert sich wesentlich weniger als beim Silber. Aber das ist immer so. Das ist jetzt nichts großartig Neues. Für gewöhnlich ist das so. Einfach natürlich, weil primär erstmal der Goldmarkt ein viel größerer ist als der Silbermarkt. Aber natürlich auch deshalb, weil Gold wesentlich schwächer, wesentlich weniger sozusagen manipuliert wird als Silber an der Börse. Da haben wir so ungefähr so 100 Mal mehr, als es zur Verfügung steht. Es gibt vielleicht auch noch so um die 80. Also ist eine ganz andere Hausnummer als beim Silber. Gut, aber jetzt kommen wir natürlich nochmal darauf zu sprechen, was ja eigentlich der Hauptgrund des heutigen Videos ist. Wie ist es denn jetzt damit, was zu kaufen an Silber? Generell ist es natürlich so, wenn man sich das anguckt, wann man Sachen kaufen sollte, ist das normalerweise nicht dann der Fall, wenn der Preis besonders hoch steht. Sondern am besten wäre es, man kauft es, wenn es etwas günstiger ist. Nicht unbedingt, weil sonst irgendwelche Gründe, sondern einfach, weil man dann mehr für sein Geld bekommt. Nicht zwingend, weil man dann davon ausgeht, dass es dann in Zukunft extrem steigt und man diesen Gewinn noch zulässig mitnimmt. Und das finde ich nicht so, ja, irgendwie ist es wahrscheinlich auch so der Fall, aber primär geht es eigentlich darum, dass man mehr für sein Geld bekommt. Und das ist eine gute Sache, weil wenn man mehr hat, kann man natürlich auch in Zukunft mehr wieder verkaufen. Sollte irgendwo klar sein, wenn man das denn wollen würde oder wenn man das nicht möchte, hat man dann einfach mehr. Also brauche ich glaube ich nicht zu erklären, ist relativ einleuchtend. Die Geschichte ist halt jetzt, ist es wahrscheinlich, dass es noch weiter fällt. Und das ist leider immer etwas schwierig zu beantworten. Also wir hatten dieses Jahr 2023 schon mal Preise von um die 19 Euro. Das heißt, da wäre durchaus noch Luft nach unten. Es wären nochmal so, ja, wie gesagt, um die 5 Prozent, die es dafür nochmal fallen müsste. Ein bisschen mehr, ja, so um die 7. Dann wären wir da auch wieder. Aber es ist wahrscheinlich, es ist möglich, ja, 5 Prozent sind nicht die Masse. Es ist also definitiv möglich. Ich würde es nicht als sehr wahrscheinlich einordnen. Für gewöhnlich ist es so, wenn Silber oder generell irgendetwas, ja, wo es keinen speziellen Grund für gibt, außer die gesamte ökonomische Situation, signifikant im Preis fällt. An ein, zwei Tagen hält das normalerweise nicht, sondern nicht länger als das an. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist genau der Auslöser? Ja, wie schlimm der ist, also was der Auslöser ist, ist eigentlich gar nicht relevant. Wie schlimm der Auslöser ist, müssen wir abwarten. Ja, müssen wir einfach abwarten, wie sich die ganze Geschichte in dieser Richtung entwickelt. Ich halte es nicht für extrem wahrscheinlich, wie gesagt, es ist stark weiter fällt. Es ist statistisch gesehen definitiv nicht wahrscheinlich, aber es ist möglich. Ja, und jetzt zum Beispiel auch einen neuen Tiefspunkt für dieses Jahr wäre jetzt auch nicht unglaublich unwahrscheinlich. Ich glaube es nicht wirklich, aber wir werden sehen. Vielleicht liege ich hier auch falsch. Hey, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich beschäftige mich damit ja auch mal ganz gerne. Aber im Generellen ist es ja wirklich nicht so wichtig. Wichtig ist halt eigentlich nur, dass man jetzt nicht unbedingt sein ganzes Geld raushaut, wenn die Preise hoch sind. Weil im Generellen ist das kein sonderlich toller Zeitpunkt, um was zu kaufen. Gerade wenn jetzt zum Beispiel wie Silber jetzt die letzten Monate im Prinzip größtenteils nur gestiegen ist, dann war das natürlich jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um jetzt großartig was an Anlageprodukten zum Beispiel zu kaufen. Ja, man kann es machen. Man kann es definitiv machen. Ich persönlich habe es nie so gemacht. Deswegen kann ich auch nicht unbedingt sagen, dass ich es für eine gute Idee halte. Aber letztendlich, hey, was man hat, hat man. Das muss man auch mal so sehen. Was man hat, hat man. Und was man jetzt natürlich in Zukunft noch günstig dazukaufen kann, ist ja eine gute Sache. Oder vielleicht jetzt gerade günstig dazukaufen kann, was jetzt die Zukunft angeht, wissen wir natürlich nicht. Aber im Generellen ist es auch nicht schlecht, mal was zu haben. Ich würde jetzt nicht mein ganzes Geld in den Markt pulvern, wenn der Preis gerade gestiegen ist. Das wollte ich eigentlich nur damit ausdrücken. Und ich denke mal, die meisten von euch können mir da auch zustimmen. Viele würden mich auch fragen, was würde ich denn machen? Also ich meine, ich habe da ja schon früher immer Videos drüber gemacht. Ich kaufe im Regelfall dann, wenn der Preis gefallen ist. Das ist einfach so, was das mache ich immer, wenn ich was kaufen will an Anlagesachen, dann kaufe ich genau dann. Oder an Sachen, die was mit dem Silberpreis zu tun haben. Bei anderen Sachen sollte man sie kaufen, wenn sie da sind. Bei zum Beispiel gerade sehr, sehr seltenen Sachen, dann ist es eher sinnvoll, man kauft es einfach, wenn es da ist, weil es sowieso mit dem Silberpreis nicht unglaublich viel zu tun hat und es dann einfach halt weg ist. Also das ist so eine Geschichte, das mache ich zumindest so. So, ihr müsst das natürlich nicht so machen, ihr könnt das auch völlig anders machen. Das ist eure Entscheidung, das ist nur meine persönliche Geschichte, die ich so durchziehe da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, okay, jetzt ist der Silberpreis gerade so und so viel gefallen. Es ist vielleicht nicht super wahrscheinlich, dass es noch extrem viel weiterfällt. Es ist zwar möglich, aber hey, dann kann ich ja nochmal was kaufen. Dann kaufe ich einfach ein bisschen was und fertig. Das mache ich persönlich so, ihr müsst das nicht so machen, ihr könnt euch eure eigene Geschichte ausdenken, aber ich weiß, dass es viel interessiert. Was würde ich denn jetzt machen? Ja, das würde ich machen. So. Und es ist gut, wenn solche Geschichten auch mal am Markt sind. Da gibt es wieder neue Chancen, man hat wieder neue Möglichkeiten, was günstig zu bekommen. Manche Leute verkaufen jetzt euch. Übrigens, ha, wenn ihr euch jetzt denkt, oh, ich glaube, das fällt noch weiter, dann schreibt mir gerne mal eine Mail. Ich kaufe euch eure Sachen auch gerne ab. Ihr wisst Bescheid, wir machen sowohl Ankauf als auch Verkauf, so wie jeder normale Händler auch. Also, ich sollte es nochmal nur dazu sagen, damit auch jeder Bescheid weiß. Aber es ist jetzt natürlich so, gerade da jetzt auch wieder viele Leute dann irgendwie in Panik verfallen und sowas verkaufen, schnell weg über irgendwelche privaten Sonstwasseiten, kann man da durchaus auch wieder gute Angebote bekommen. Und zum Beispiel auch bei Händlern, ja, nicht nur auf irgendwelche privaten Geschichten, auch bei Händlern, die kaufen dann manchmal auch Sachen an, die sie dann günstig weitergeben. Und da gibt es, denke ich mal, definitiv Gelegenheiten, was zu kaufen. Aber, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, bitte passt beim Kaufen auf und natürlich auch beim Verkaufen. Denn Betrugsgeschichten sind in diesem Markt leider überall. Ich habe jetzt auch gerade wieder einen wunderschönen Fall mit jemandem, der auch es nicht für nötig befunden hat, überhaupt mal den Goldgehalt von einer speziellen Münze zu testen. Ja, es ist halt jeden Tag irgendwas. Aber da muss man irgendwo mit klarkommen und ja, es ist ja auch so ein bisschen mein Job. Aber, das ist so ein bisschen meine Meinung zu dieser Geschichte an dieser Stelle. Ich verhalte es nicht für extrem realistisch, dass es extrem viel weiterfällt. Es ist möglich. Ich glaube nicht, dass, wenn es noch weiterfällt, wir ein neues Jahrestief erreichen. Wenn doch, okay. Da würde ich persönlich, müsst ihr natürlich nicht, aber ich persönlich würde dann da definitiv mal nachkaufen. Ja, ansonsten werden wir es abwarten. Mal gucken, was noch so passiert. Ich finde es interessant. Es ist mal wieder eine schöne neue Chance. Auch gerade vielleicht für Leute, die neu ansteigen wollen oder so. Möglicherweise eine gute Gelegenheit. Aber wer weiß, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und es ist nur das, was ich persönlich so machen würde. Gut, damit würde ich sagen, ich hoffe, dass euch heute das Video gefallen hat. Gerne alles mögliche, was ihr anfragen und so weiter habt, in die Kommentare schreiben. Beantworte ich wie immer sehr, sehr gerne. Super gerne natürlich auch das Video bewerten. Das würde mich sehr freuen. Und auch sehr gerne diesen wunderschönen Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.